Hast du da einigermaßen sicher gewonnen, oder war das knapp? Das ist 3-0. Der Huck spielt hinten, das ist der blaue am Tisch 3. Weil das ist nämlich nicht ungefährlich, zweimal am Tag gegen den Gleinchen zu spielen. Stimmt. Das wird sich zeigen, was rauskommt. Vielleicht gewinnt ja auch der andere, der droscht, oder wie der heißt. Oder ich verliere. Die Option gibt es ja auch noch. Er hat die Chance. Er muss ja erstmal weiterkommen gegen dich. Und du, stimmt, du auch. Ja. Er muss auch erstmal weiterkommen. Wäre schon ganz gut, dein Blauen. Ja, aber der hat ein Spiel nach dem nächsten. Sobald er fertig ist, kriegt er das nächste reingebringt. Nee, ist ja gut, dann ist er warm. Das geht für ihn gut. Ich hab Pause. Pause, Pause, Pause. Der Aspach ist ja nicht ganz so weit, wenn du zum Heimfahren. Ja. Übernacht hier, ich komm morgen eh wieder.